Er fährt erst mal nach oben, auf die zweite Etage, auf das Dach. Das ist ein Dach. Achso, ja! Da ist schon da, oder? Nein, ist noch nicht da. Es ist auf der ersten Etage. So, ja, weiß nicht die Böder, aber auch für sie. Noch nicht wenn du es mal getragen musst, dann bin ich mi-Er-Gebäude ja. Aber ich tidig. Und dann, dann komm ich auf deine Beine. Ich werd da, deine Beine machen. Ich hab davon zum Fischbüro gesagt. Ich hab das nicht abgeschaut. Das ist noch nicht die Linie, vor allem als die Fischbüro gemacht. Hier ist es so, dass ich jetzt gleich nicht wieder gehöre. Kannst du rausgucken? Ich möchte mein Dach gehen. Ja? Stell dich dahin. Stell dich. Kannst du gucken? Ja. Oh, jetzt ist ein Böger oben. Wir haben das Dach. Wir haben das Dach oben. Wir haben das Dach oben. Wir haben das Dach oben. Jetzt fangen wir mal wieder runter. Wir kommen wieder runter. Jetzt fangen wir mal wieder runter. Guck mal da hinten rein. So, Mama guck mal da, wir gehen wieder runter. Jetzt halten wir mal schon wieder runter. Jetzt fangen wir mal rein. Mama, das ist dann oben, ne? Ja, was haben wir denn? 1 Uhr? Ja, guck mal. Jetzt gehen wir da rein, ne? Guck mal, da. Mit Sonne. Huh! Guck! Boah, hier, was wäre mit dir? Putsi Pap-putzi. Ja, komm. Putsi Pap-putzi. Deine Mütze haben Schiepfen reingekommen. Putsi Pap-putzi. 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 Oh, das ist gut.